Hallo zusammen, hier ist wieder eure Nenya, zurück bei Death Stranding. Wir sollen ein paar Prepper für uns gewinnen. Dafür haben wir unser Baby, Lu, nicht bei uns. Und ich habe mich jetzt als erstes für die Strecke entschieden zur Robotikerin. Aha. Ich melde mich über eine Bridges-Leitung. Ich wurde gebeten, für meine Schwester zu übernehmen und dich zu unterstützen. Wir sind wieder vereint, eins. Für immer und ewig. Wir sprechen uns noch, also sollte ich schnell auf dem neuesten Stand sein. Bist du etwa wieder bei Bridges? Darum geht es nicht. Ging es nie. Es geht darum, was sie will. Was wir wollen. Und warum sollten wir dir nicht helfen? Du hast uns geholfen. Wir sind jetzt alle verbunden. Okay, warte, warte, liebes Fahrzeug. Ich muss hier erstmal gucken, wie wir überhaupt am günstigsten hinkommen zur Robotikerin. Ich habe schon fast das Gefühl, dass das sowieso nichts wird. Wenn wir Pech haben. Wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ah, da hinten, glaube ich. Da könnten wir Glück haben. Bloß nicht da reinfahren, ne? Wär, super. Boah, wer hat denn da so ein doofes Ding genau auf den Weg gestellt? Leute, wir können doch nicht so einen blöden Stand direkt auf den Weg stellen. Also, wirklich. Huah. Oh Gott. Vielleicht war der Truck eine doofi Idee. Aber ich dachte mir so, hey, der könnte ja sicherer sein als, ähm, also zumindest vor diesem Schnee. Als ein Motorrad. Ah. So, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich bin nicht wieder da unten. Wisst ihr was? Ich habe die Faxen dicke. Ich steige aus. Ich laufe. Ist jetzt egal. Wir laufen. Das Fahrzeug ist ja nicht mal da hoch. Aber, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Ich werde natürlich nicht verlaufen. Naja, das funktioniert für mich. Ja, dann fängt das natürlich gleich wieder an zu regnen. Oder schneiden, besser gesagt. Lass unten irgendwelche Rasseln. Klang so, ne? So eine Weihnachtsrasseln. Da hinten müssen wir hin. Ich laufe jetzt aber hier lang. Ich habe das Geländeskelett angelegt bei Sam. Das, was ich ein bisschen besser durch den Schnee bewegen kann. Wir wissen, dass wir durch ein GD-Gebiet gehen müssen. Und es geht nicht anders. Das ist halt da so auf dem Weg zur Robotik. Und vorsichtig sein. Der Hinweis, das GD-Gebiet zu vermeiden, würde uns einen Umweg bedeuten. Und uns durch ein Müll-Gebiet leiten. Aber gut, wir kriegen das schon hin, denke ich mal. Wir waren jetzt ja schon mal dort. Wir sind ja den Weg schon ein paar Mal gelaufen. Sollte jetzt keine Überraschung sein, wenn mir die GDs begegnen. Hey, hier ist ein Kristall, glaube ich. Ja. Den nehmen wir doch mit. Ich glaube, man stolpert schon fast automatisch. Ja. Komm nicht los, glaube ich. Irgendwo waren sie hier. Ich glaube, langsam die Kapuze. Ne, die hat sich aufgesetzt. Okay. Wir sind's da. Ja. Es sind auch lauter Pakete verloren gegangen. Unterwegs. Da muss man ganz vorsichtig sein. Dann müssen wir hier wieder irgendwie vorbeischleichen. Der Odra-Deck reagiert jetzt eigentlich gar nicht. Das Gebiet dabei ist, zeigt er ja immer in die Richtung. Er zeigt zwar, dass hier ein GD-Gebiet ist, aber er zeigt nicht, wo die Viecher sind. Aber hier hat man zu weit gerade einen Entdeckt. Was wir so schön angeschlichen haben. Konnten wir den gleich abschneiden. Weit, wir haben Likes von GD erhalten. Könnte man ja fast annehmen, dass die das wollen, dass man sie zurückschickt. Was meint ihr? Die Karte gucken. Ja, also die das. So kommen wir natürlich nicht sehr schnell voran, aber... Willst du vielleicht noch mehr Lärm machen? Na, dann mach doch einfach keinen Sinn. Also bisher finde ich diese letzte Erfindung von Mama echt praktisch. Diesen Nabelschnur-Schneider. Strangschneider oder wie wir es auch immer nennen wollen. Ich nehme mal hier eine Kletterverankerung. Und dann kletter ich hier runter. Oh, oh. Habt ihr gesehen? Da ist einer. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Okay, jetzt haben wir einen erwischt. Und der zieht uns gleich, glaube ich, komplett runter. Ich kriege mal. Nee, lasst mich mal los. Lasst mich mal los. Lasst mich mal los. Äh, lasst mich los. Ich habe ja nicht meine Blutbanaten klauen hier. Lasst mich mal bitte los. Lasst hier mich mal bitte los. Lasst mich mal los. Oh Gott. Zum, 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 zum. Okay. Energie auftanken. Der Punkt. Das ist ja langsam. Okay. Jetzt höre ich jetzt auch nicht so lange in diesem GD-Gebiet rumschleichen. Wir sehen, wir sind uns jetzt doch erwischt. Und ich hatte halt, dadurch, dass ich am Seil hin, war ich nicht am Schleichen. So, wo sind wir hier? Der Weg sieht noch gut aus. Oh Gott, was war denn das? Oh oh, ich hab hier einen. Da ist er. Nein! Ah, Mist. Hm. Zu spät reagiert, war ein vorbeigelaufen. Ich hätte ihn abschneiden können. Oh Gott, das Gebiet ist ja so groß jetzt hier. Ihr sollt mich nicht... Ach, verdammt. Was hat er schon? Jetzt kommt der nächste große GD. Ich bin ja gespannt, wie der aussieht. Den Löwen haben wir besiegt und der wird bestimmt anders aussehen. Nee, da ist er wieder. Jetzt sind zwei. Ach du meine Güte. Ach, heil je, Mille. Oh Gott, jetzt sind doch noch zwei. Hm, mir besiegt er jetzt. Nee, nee, nee. Lass mich in Ruhe. Nee, 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 nee. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Leute, ich habe jetzt etwa keine Granaten mehr, weil ich die verloren habe. Nee, hier ist doch einer. Ja, du. Wir nimm das da. Nimm das du. Weck du. Oh Gott, nein, er hat schon... Oh nein, ich glaube... Oh Gott. Wir haben unseren ersten Leersturz, würde ich denken. Ja. Wir haben den ersten Leersturz. Wir haben den ersten Leersturz. Oh. Oh. Nee, sie haben jetzt nicht hier... Wir haben die zu liefernde Fracht schwer beschädigt. So kann man natürlich nicht das Vertrauen der Prepperin für uns gewinnen. Aber eigentlich haben wir die ja schon ans Netzwerk angeschlossen. Die war ja bereitwillig beigetreten bereits. Aber gut. Mal schauen, was sie sagt. Gut, die Granate brauchen wir jetzt nicht mehr an der Hand. Oh, jeh. Oh, jeh. Oh, jeh. Oh, Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind angekommen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Wer hat denn hier das Fahrzeug so schön gefragt? Genau, vom Anlass. Da bist du ja. Hast du das irgendwo im Müll gefunden oder was? Ja, wir waren leider in einem leeren Sturz, 70%. Dafür ist er da noch okay. Ich hab gedacht, das ist noch kaputter. Nee, natürlich nicht. Das sind Aufträge für Bots und irgendwelche Standardaufträge. Hm, schicken wir den mal los hier. So. Setze autonomen Lieferbord ein. Das war's für heute. Das war's für heute. So, wir werden jetzt Sam sich hier ein wenig aufwärmen lassen, ausruhen lassen. Und werden dann uns wieder zurück nach Mountain North City begeben, um dann den anderen Auftrag auszuführen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.